Hallo und willkommen zurück zu PBA Season 4 am Spieltag Nummer 6, der vorletzte, gegen Downy Downstar und sein Team Crabgrave. Manchen Leuten ist vielleicht aufgefallen, dass die letzte Zeit auf meinem YouTube-Kanal gar nichts kam. Das lag erst darin, dass ich Urlaub hatte und einfach keine Lust hatte und dann kam dazu, dass ich mir Corona eingefangen habe. Dementsprechend entschuldige ich mich, falls ich dieses Video ein wenig komisch klingen sollte. Ich habe zwar keine Symptome mehr, bis auf Husten, aber, äh, ja, ne, ich habe halt nur Husten, dementsprechend, sorry. Aber, darum geht es hier nicht, es geht um Downy Downstar und Downys Team ist scary. Ähm, ja, also es ist einfach eine absolute Katastrophe, es ist ein absolut schreckliches Matchup. Ich sage sowas häufiger, glaube ich, noch dieses Mal meine ich es wirklich. Das Matchup ist absolut schrecklich. Äh, es liegt primär an Mega Aerodactyl, weil der einfach schnell genug ist, um einfach alle meine offensiven Optionen einfach auszuschalten. Also, wirklich, ich habe nichts, was ich offensiv bringen könnte, dass, äh, nicht einfach von Mega Aerodactyl Revenge killt wird. Ähm, und das ist mega ätzend. Das ist einfach mega ätzend. Äh, dementsprechend, ähm, ja, werden wir da dieses Mal anders rangehen können. Einfach pure Offense wird's hier leider nicht. Und Katana geht da auch ein bisschen nervig rein, zusammen mit Heatrin. Katana und Heatrin verhindern halt auch so ein bisschen, dass ich so richtig defensiv spielen kann. Das kann ich mit denen auch nicht. Pangoro ist da auch ein bisschen nervig für, ne, aber... Pangoro kann ich, I guess, so ein bisschen handeln. Ich habe halt eine Fee, ne, aber... Die beiden sind da schon mega ätzend für. Ähm, und die haben halt auch unterschiedliche Checks und... Ja, so ein Heatrin mit einem defensiven Monster zu checken ist immer ein bisschen schwierig. Ja, dann Magma stormt der einen, dann tauntet der einen, vielleicht toxic der einen noch und protecten kann er auch noch und dann ist alles schrecklich. Ähm, also da muss ich echt aufpassen, dass Katana mit dem Z-Move auch mega gruselig. Und immerhin kann ich dadurch, also ich kann es nicht garantieren, dass er nicht Choice Band spielen. Er könnte immer noch Choice Band spielen. Aber so wie ich Downy bis jetzt gesehen habe, spiele ich dann einfach immer mit einem Z-Move und auch selten mit Sword Stance. Gerne Z-Move, 4-Attacks und da habe ich ja, da habe ich ja am wenigsten Probleme mit. Also das kann er dann gerne machen. Das wäre in Ordnung. So richtig gruselig wäre er erst in Sword Stance. Ähm, ja, Pangoro tut mir richtig weh. Also den sehe ich auch einfach, dass er den bringt. Der mit Choice Band, ich wechsle eigentlich nicht wirklich was auf den rein. Er muss ja nicht mal Choice Band gehen. Er kann ja auch einfach sagen, ich spiele jetzt Live Orb und mit Gunk Shot und dann habe ich richtig Probleme. Also dann wird es richtig funny. Also dann muss ich wirklich gucken, wie ich klarkomme. Aber in der Theorie auch machbar. In der Theorie machbar. Im Notfalls muss ich halt Gunk Shot mit Cliff Abel dodgen. Das ist ja ein Ding, das man machen kann. Ähm, so, ähm, Jan Mega ist nicht so problematisch. Ich habe gute Jock Setter, ich habe gute Mons, um auf den einzuwechseln. Ähm, Specs Set ist probably das größte Problem, weil auf so Specs packbar reinzukommen. Ähm, von Tinted Lens ist für mich sehr schwierig. Äh, Masperd habe ich keine Angst vor. Flygon, bisschen nervig, aber habe ich auch nicht wirklich Angst vor. Äh, Granbull ist relativ easy handelbar. Toxic von dem wird ein bisschen nervig, aber generell machbar. Äh, und Stunfisk habe ich gar keinen Respekt vor in diesem Matchup. Der ist grundsätzlich ein gutes Pokémon, aber hier in diesem Fall gar keinen Respekt vor dem. Den sehe ich nicht. Ähm, und selbst wenn er mitkommt, ich handle den halt 10.000 Mal. Also, scheiß drauf. Der ist mir egal. So. Ähm, und ich springe jetzt auch einfach direkt rüber auf das Team, was ich gebaut habe. Wobei, gebaut ist, äh, ein Wort, das man benutzen kann. Ich switche mal eben rüber. Das hier ist mein Team. Ähm, es, ich habe es liebevoll, als ich Maxi von meinen Problemen geschrieben habe, wie schrecklich ich dieses Matchup finde. Garbage, stall genannt. Und, äh, das ist es auch. Es ist absolut Garbage und es ist stall. Ähm, dementsprechend freut euch auf das Video. Also ursprünglich, ich kann ja mal schauen, ob ich es gerade mal zeigen kann. Kann ich tatsächlich. Das war mein erster Plan. Das hier war halt mega offensiv, weil ich mir dachte, ey, vielleicht kann ich ja das, das Ding irgendwie, das, irgendwie outplayen. Und, ähm, Drapeon stirbt zum Mega Aerodactyl. Aber, ne, nimmt einen Hit, aber stirbt dann zum Mega Aerodactyl. Clefable wird geiron-headed, Dorio wird gekillt, Virizion wird gekillt. Und Virizion, also Scarf Virizion kann natürlich Revenge, aber kann es auch nicht von Full. Ähm, Slowbro mit dem Spread kommt nicht auf Crunch rein und Saat wird sowieso kaputt gemacht. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, wisst ihr was, wir spielen Garbage Stall. Den schlechtesten Stall, den ihr jemals gesehen habt. So, Drapeon erstmal. Ihr seht hier Hidden Power of Fire und ein funky Special Attack Investment. Äh, wir sind Minus Special Attack, weil wir den Stead trotzdem am wenigsten brauchen. Aber haben dann 28 Special Attack Investment, damit die Hidden Power of Fire das, ähm, Katana-Safe killt. Weil das tut sie. Und, ähm, ich habe natürlich auch die Option gehabt, Fire Fang zu spielen. Aber Fire Fang ist halt schwächer gegen das Ding und Hidden Power of Fire killt den. Also habe ich Hidden Power of Fire. Äh, Drapeon ist meine Antwort auf Katana, weil der nimmt eigentlich den Knock-Off ganz gut. Den wollen wir eigentlich nicht nehmen, weil wir wollen nur noch einen Black Clutch behalten, aber den nehmen wir im Service Fall. Wir nehmen, ähm, den Grass Step. Wir nehmen auch mal eben einen, äh, einen Steel Move mit unserem 110er Base Death Step. Wir nehmen eigentlich alles mal. Äh, so einen Z-Move zu taken ist immer ein schwieriger, aber da kann man mal einen Protect gegendrücken. Und die Hidden Power of Fire killt ihn halt, wie gesagt, einfach. Und dann haben wir mit Toxic, der immer trifft, und Knock-Off auch mit Moves, um das restliche Team ein bisschen zu nerven. Ähm, und können dann mit Protect ein paar Turns rausstolen, ein bisschen Black Slug schickern, ein bisschen Toxic Damage mitnehmen. Es ist halt Garbage-Store, Leute. Ansonsten habe ich 44 Speed Investment, das ist einfach für den mega-weirden Fall, dass er irgendwie No-Speed Flygon bringen sollte. Wäre J-Pion schneller, aber, ähm, wird nicht passieren. Und so ist es halt immer noch ein bisschen Speed Creep gegen Yi-Chin. Auch wenn der Knock-Off hier nicht besonders viel machen wird, er macht immer noch etwas, ähm, und das reicht in dem Fall. Äh, ansonsten einfach so viel in depth, wie es geht. Wir wollen Katana gut nehmen, wir wollen Aerodactyl gut nehmen, wir leben auch mal ein Earthquake von dem. Ich kann gerade mal den Kalk machen. Ähm, ich werde deswegen, äh, währenddessen aber jetzt erstmal schweigen, um meine Stimme zu schonen. So, der wird Adamant sein. Der hat gar keinen Grund, hier Jolly zu sein. Und Adamant Earthquake macht 60% gegen J-Pion. Und ich finde, das ist verkraftbar. Das ist verkraftbar. Wenn man den Turn Protect, äh, Toxic rausbekommt, dann ein bisschen Protecten kann, dann haben wir den auf dem Timer. Und dann ist alles gut. Äh, Katana Kalk kann ich gerade auch nochmal machen. Katana wird Max Speed sein, wegen Viridium. So, und dann nehmen wir jetzt einfach mal, äh, das Sword Stance Set. Und statt Giga Impact geben wir dem einen, ähm, also welche Moves würde er spielen? Er wird, er wird, äh, Leaf Blade bringen. Ähm, er wird, äh, Smart Strike bringen für Clefable. So, Smart Strike. Ähm, dann, so, Leaf Blade, Smart Strike sind die wichtigen. Dann wird er einen Knock Off bringen, damit er durch Delmais durchkommt. So, ein Knock Off. Und der letzte Slot könnte tatsächlich ein Sword Stance sein gegen mich. Oder er spielt einen Secret Sword, um halt eine bessere Option zu haben, um Empolion zu brechen. Ähm, könnte alles sein. Könnte alles sein. So, ich habe jetzt erstmal einen Sacred Sword auf dem Kalk drauf. So, und wenn wir jetzt da so einen Smart Strike haben, und der wäre Z-Smart Strike, macht er 70%. Smart Strike selber 36. Z-Sacred Sword macht 59. Äh, ne Z-Leaf Blade macht 44. Wäre immer noch so ein stärkster Move, wenn er uns gegenüber steht. Also, wir können da mit Drapion mal reinkommen. Wir leben Smart Strike plus Z-Smart Strike nicht. Aber wir leben Smart Strike into Protect into noch ein Smart Strike. Der Z-Smart Strike bricht durch den Protect, aber macht nicht genug Schaden, um mich in Smart Strike-Range zu bringen. Und das heißt, Drapion gewinnt im 1v1 gegen Katana. Ähm. Und kann halt den Power Fire rauszwiebeln. Ist halt die Frage. Bleibt er da drin? Oder geht ein Heat drin? Man weiß es nicht. Ist halt die Frage, ob man mit den Power Fire rechnet. Weil eine Fireflame kann erkalken und sehen, dass er die lebt. So. Äh, aber das ist Drapion. Und durch Battle Armor können wir auch nicht gekritet werden, was immer gut ist. Dann haben wir dabei Slowbro voll Fist-Dev. Weil, wenn wir nicht voll Fist-Dev sind, kann uns so ein Ediment, äh, Aero-Dactyl einfach mit zwei Crunches rausnehmen. Kann der einfach. Und wir können nichts dagegen tun. Und, äh, deswegen gehen wir voll Fist-Dev. Weil ich hätte gerne zumindest ein Pokémon, das auf Aero-Dactyl reinkommt. Weil sonst tut das niemand. Ähm. So, wir haben Slack of Skull, Protect Toxic. Wir stallen hier rein. Äh, das Schöne ist halt, dass er nicht wirklich die Möglichkeit hat, Toxics zu bieten. Wenn wir mal einen Toxic draußen haben. Klar, er hat das Granbull mit Hilbel. Aber jetzt haben wir zwei Fragen. Erstens, bringt er überhaupt Granbull? Könnte er machen gegen meinen, ähm, gegen meinen Saat? Könnte er. Aber ich glaube, dann bringt man noch lieber so ein Fist-Dev-Purikon-2 mit Schmaroza. Ähm. Also. Und ansonsten ist Granbull halt gar nicht mal so... Ja, der ist auch nicht bad. Er könnte Granbull bringen. Er könnte. Er könnte. Was ich jetzt am ehesten sehe, sind halt Katana, Heechin, Aerodactyl, äh, Pangoro, P2. Und da hat er einen Slot frei. Und dann ist halt die Frage, wer das ist, ne? Aber, hey. Hey, hey, hey. So, wir haben uns jetzt mal voll für Steff Slowbro, weil wir wollen gerne auf den reinkommen. Wir wollen gerne Skull gegen den drücken können. Ähm. Und ansonsten wollen wir gerne einfach alles vergiften und dann Protecten. Und, äh, hoffentlich... Protect hilft uns halt auch, wenn das ein Bandit-Pangoro sein sollte. Und dann können wir auf den Protecten gucken, ob der für ein Knock-Off geht. Und dann können wir in den Fable gehen. Ähm. Also, wir bleiben hier beim Grow. Wir bleiben hier bei dem. Und wir haben das Toxic und wir haben Protect. Und ohne Protect ist halt nicht mal garantiert, dass hier zwei Crunches von dem Aerodactyl leben. Es ist sehr traurig. Erst recht mit Tarnstein, dann wird's richtig kritisch. So. Aber weiter geht's dann nochmal mit einem Fist of the Fable. Wir gehen hier so... Alles ist das Fist of bis jetzt. Wir haben drei Fist of Pokémon, weil seine Thest halt alle physisch sind, außer, äh, Jan Mega. Ähm. Und Heatran, I guess. Und Heatran. Aber Heatran verlasse ich mich eher auf meinen Typing. So, Clefable ist hier dabei mit Trick Sticky Barb, weil ich denke mal, Heatran ist sein Switching auf Clefable. Und mit ich denke mal, sag ich, äh, das ist garantiert sein Switching auf Clefable. Und dann kann ich dem erstmal ein Sticky Barb in die Hand drücken. Dann haben wir Leftovers negiert und dann Recovered er nicht mehr. Und dann ist alles super. Hoffentlich ist er nicht Specs, weil Specs Clefable will ich nicht unbedingt haben. Aber auch das Specs kann ich dann eventuell nochmal an wen anders weiter tricken. Müssen wir dann mal gucken. Ähm. Ansonsten haben wir die Stealth Rocks, weil die werden wir brauchen, um Iron Raktur zu chippen. Wir haben den Moonblast. Den werden wir brauchen, um Pangoro zu killen. Und Softboid, weil wir das brauchen, um zu leben. So. Äh, und das ist Clefable auch einfach schon. Clefable liebt, äh, liebt es, wenn das Gegner-Team schon gepoisoned ist. Weil dann geht Clefable richtig, äh, spaßig rein. Und so ein Sticky Barb auf einem Heatran ist halt basically, basically ein Poison. Macht ein Achtel pro Turn Schaden, ne. Also, acht Turns und Heatran ist dead. Und acht Turns kriegen wir schon irgendwie hin. Äh, vor allem, weil wir zwischendurch mal einen Skald reinziebeln können, zum Beispiel, ne. Von anderen Pokémon. Weil wir wollen ja mit Clefable nicht auf Heatran drinnen bleiben und dann tricken. Wir wollen ja den auf den Switch tricken. Weiter geht's dann. Voll für Stealth übrigens, äh, wegen Iron Raktur und Pangoro. Und, ne, das ist es halt. Dann haben wir Spideff Komala mit, äh, Bulk Up, Wish Protect und Return. Bulk Up, Wish Protect sorgt dafür, dass wir gegen Porygon 2 im 1v1 gewinnen können. Wir können auf dem Setupen und wenn er uns das zu lange machen lässt, dann können wir auch im Zweifelsfall Iron Raktur oder Katana. Okay, Katana ja nicht, vor allem wenn der Secret Sword hat. Aber wir könnten im Zweifelsfall Iron Raktur 1v1, wenn wir genug Bulk Ups kriegen. Nach zwei Bulk Ups kann er uns nicht mal mit Stone Lidges toolen. Ähm, yay. Also, können wir da vielleicht, ne. Wir können auch APs dolen mit unserem Protect. Wir haben genug Protect auf diesem Turn, äh, auf diesem, auf diesem Team. Leute, das wird kein schönes Match für Downy. Es tut mir jetzt schon ein bisschen leid. Aber ich habe keinen anderen Play. Ich habe, ich habe mir, ich habe versucht, was Offensives zu bauen und habe es für nicht gut befunden. Und ich empfinde auch das hier als für nicht gut, aber als für weniger nicht gut. Ähm, so. Und mit Spidev Komala können wir halt, äh, ja, Jan Megam Zweifelsfall ein bisschen taken. Das wäre wichtig. Wir können halt Rotom checken. Wir können, äh, Porygon 2 sehr gut checken, weil er kann uns halt nicht poisonen. Er kann uns nicht Thunderwaven. Äh, Schmarotza macht nicht wenig, aber auch nicht so super viel, weil wir haben im Bulk Up sowohl unsere Death- als auch unseren Attack, äh, Boosten. Und spezielle Moves taken wir auch ganz gut. Wir können durch das unser spezielle Defensive Investment auch Heatrain im Notfall 1v1 min. Wir müssen, wenn wir genug Bulk Ups rausbekommen. Erst recht, wenn wir uns Tiki Bar auf dem drauf haben. Ähm, und das ist halt Komala. Der ist primär hier, weil er speziell defensiv ist und nicht gesettest werden kann, weil ich ihn dann halt auf Toxics von Porygon reinwerfen kann, ohne dass ich Angst haben muss, dass sowas wie mein Dan gepoisoned wird. Ähm, aber vor Poisonen muss ich mit dem Team ehrlich gesagt nicht so mega viel Angst haben. Eigentlich nur mit, äh, Slowbro. Eigentlich nur mit Slowbro. Ja, und das ist Komala. Wish-Person hilft übrigens auch, um, äh, unser, äh, ja, unser Drapion sowie unser nächstes Pokémon am Leben zu erhalten. Und das ist Empoleon mit der Sugarberry. Keine Leftovers, das ist sehr schade. Äh, ist sonst hätte ich auch gern Protect auf dem gespielt. Aber, äh, das ist unser Defogger. Äh, wir wollen gerne einen Defogger haben, weil wir eigentlich gar keinen Bock auf Tarnsteine auf unserer Seite haben. Ähm, das soll ein langes Game werden und ich hab gar keinen Bock, dass er dann Pressure aufbaut, indem er Tarnsteine legt. Wir haben das mächtige Siedewasser. Wir haben 20 Speed-Investment, einfach so ein bisschen als Speed-Creep, als Counter-Speed-Creep, Speed-Creep, damit er mich nicht Speed-Creept mit seinem Speed-Creep. Ähm, weil wir wollen gerne, dass Grumble, falls es mitkommen sollte, zuerst mit der Flash-Cannon hinten. Ähm, wir haben die Sugar-Barrel. Wir haben eine Story für Earthquake von dem Aerodactyl, sowie von anderen Pokémon, die potenziellen Earthquake haben könnten, was jetzt eigentlich eher Aerodactyl ist, aber potenziell Flygon. Ich glaub, Grumble kann auch Earthquake, auch wenn der, glaub ich, lieber Close Combat bringt. Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, und dann können wir halt mal mit Skull-Flash-Cannon da ein bisschen, ja, ein bisschen die Mons finishen, wenn wir das müssen. Ansonsten haben wir den Defog und wir haben Jor. Jor hilft uns, wenn wir Jocks draußen haben. Ansonsten eher weniger, aber wir haben halt auch keine Leftovers. Aber es verhindert halt auch, dass irgendwas auf uns setuppen kann, was nicht unmöglich ist, auch wenn unwahrscheinlich bei dem Team. Ähm, ich will halt auch nicht, dass irgendwas auf mir subbt und... Ja, ich wüsste auch nicht, was ich sonst über Jor spielen, Leute. Ich könnte halt Defog und Stealthwork auf Empolion bringen und dann hätte ich auf Clefable einen Slot mehr frei. Ähm, würde mir nicht besonders gefallen. Aber I guess gegen das Team? Hm. Dann hätte ich auf Clefable einen Slot für K meint. Und das wäre ja schon mega strong. Oder ich könnte ein Wish auf Clefable zusätzlich bringen. So Softballt Wish. Oder einen... Na, nee, es wäre dann Softballt Wish. Ha. Ich meine, wogegen Jor ich denn? Ich Jor ja eigentlich nie. Wisst ihr was? Wir bringen Stealthwork und Defog, obwohl ich sowas eigentlich sehr ungern mache. Äh, und jetzt muss ich gerade überlegen, spiele ich Wish auf Clefable, spiele ich Flamethrower auf Clefable? Ähm. Ähm. Ich könnte auch einen Sub auf Clefable bringen, aber nee, der ist es nicht, der ist es nicht. Ich könnte Counter bringen. Nee, eigentlich ist er das auch nicht. So, also ich habe jetzt hier mehrere Optionen. Ich habe Flamethrower, um Katana zu killen. Ich habe die Option für einen... Für einen Calm Mind, ne? Um eine Win-Con zu sein. Also wer hat... Calm Mind wäre eigentlich schon geil, ne? Ja, komm, wir gehen Calm Mind. Komm. Sind wir eine Win-Con mit Clefable? Okay. Okay, gut, dass wir das gerade noch geändert haben. Ich glaube, das macht es tatsächlich besser, weil Joran will ich eigentlich gegen... Der set up nichts gegen mich. Also der hat keine Setup-Pokémon. Der hat Flygon. Flygon bringt er nicht mit. Wenn er Flygon mitbringt, dann set up der auch nicht gegen mich, weil ich habe ein Clefable. Nee, der set up nicht. Das ist mir egal. Ich bringe kein Raw. Ich bringe einfach Stealth-Logs. Stealth-Logs und Defog auf Empoleon. Der schafft das. In diesem Game-spezifisch schafft er das. Weil der ist nicht mega wichtig. Der lebt halt einen Hit von Aerodactyl. Das ist das Coole. Nee, wir bringen einfach Stealth-Log und Defog auf Empoleon. Wir bringen einfach beides. Okay. Das ist Empoleon. Und das letzte Pokémon ist meine Offensive. Meine gesamte Offensive. Hier ist sie. Ich nenne es Pokémon Mega-Sat-X-Edition. Dragon Dance für Attacks. Max Speed wegen Flygon, der auf Base 100 Speed ist. Und ansonsten einfach reinwumsen. Mein Gameplan ist halt, mit den anderen fünf Pokémons doll zu spielen und dann ganz am Ende mit Sat-X reinzukommen und zu sagen, okay Leute, ich hole mir jetzt einen Dragon Dance und dann ist es vorbei. Das ist der Way to go. Das ist mein Plan. Ich hoffe, ich muss Sat-X vorher nicht benutzen. Und das ist es eigentlich schon. Das ist Sat-X. Earthquake, Dragon Claw, Flare Blitz trifft alles. Earthquake ist eigentlich nur hier für Hitron. Weil sonst treffe ich den mit Flare Blitz und Dragon Claw nicht. Und ja, das ist es schon. Das ist es schon. Das ist mein ganzes Team. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im Game morgen. Ich hoffe, dann huste ich nicht mehr so viel und muss nicht ständig auf den Mute-Button drücken. Wir sehen uns dann da. Bis dahin. Ciao. Ciao.